Der heiler Haron hoffte inständig, dass der verrückte Plan der Zwillinge funktionieren und Ashway sich überzeugen lassen würde. Dessen Urteil galt nahezu gnadenlos in Bezug auf seine feuerspeienden Kämpfer. Nicht selten hörte man von jungen, hoffnungsvollen Drachenmeistern, die ihr Glück in seine Arena versuchten und am Ende mit ihren Drachen in den illegalen Grubenkämpfen landeten. Haron war nie ein großer Freund der Drachenkämpfe gewesen. Sie waren ihm zu blutig und zu brutal, auch wenn die Biester darin selten ihr Leben ließen. Viele verloren eine Menge Geld bei den Wetten. Damit finanzierte sich die Arena und Ashway konnte trotz seiner bescheidenen Erscheinung ein Haus im Südviertel bewohnen. Haron hielt den Karren vor dem steil ansteigenden Hügel, weit abseits der letzten Felder, wo einige Ziegen und Schafe grasten. Der braun-weiße Wallach blickte Haron erwartungsvoll an, als die Menschen von dem Karren stiegen. »Du wirst etwas warten müssen, Freds«, murmelte Haron und klopfte dem Tier, welches inzwischen mehr als vierundzwanzig Winter auf dem Buckel hatte leicht auf die knochige Flanke. Von der anstrengenden Reise mit dem Akari-Prinzen und dem Aufenthalt bei dem grießgrämigen Pferdewechsler hatte sich Freds nie richtig erholt. Die Zeit eilt wie im Flug, jeder Tag schwindet er hin, als sei es nur ein Augenzwinkern. Mit jedem von ihm kommen Falten und Leiden dazu, während Kinder von gestern selbst erwachsen werden. Überkam Haron ein Schwall Melancholie. Siran, Avina und allen voran Raik hat nach dem Tod ihres Vaters ein Stück Kindheit verloren. Ashrey schien nicht zu wissen, wen er da vor sich hatte und wie viel Talent wohl in dem Mädchen stecken musste, das sie nun völlig unbeirrt den Hügel hinaufführte. »Hier versteckst du also deinen Drachen, Junge!« Ashrey keuchte und schnaufte, oben angekommen wie ein Lungenkranker. Vor ihnen breitete sich ein orange-rotes Feld von Blutkraut aus, welches stellenweise abgeerntet war. Der Anblick schien Ashrey nun wirklich neugierig zu stimmen, als sie auf eine gigantische Ruine aus verwitterten Feldsteinen zutraten. Der Wind trieb Haron einen scharfen Rauchgeruch entgegen. Halb versteckt im Gras, das an einigen Stellen von den mächtigen Klauen eines nicht gerade kleinen Drachen zertreten war, lag in den Hügel gegraben ein Tunnel. Er erschien weit genug, dass ein Wurm dorthin durchkriechen konnte, was auch die Krallenspuren im Eingangsbereich erklärte. Haron bemerkte das ungläubige Grinsen auf Ashreys Mine, als die Zwillinge sie in den finsteren Tunnel führten. Der Gestank des Biestes brannte in Harons Nase. Er war einige Gerüche gewohnt, aber dieser erinnerte ihn unweigerlich an ihr halsbrecherisches Abenteuer in den Felsen, wo sie fast von einem Wilddrachen verkohlt worden waren. So beschlich den alten Heiler kein gutes Gefühl, als er nun wieder in die Höhle eines Drachen kroch. Nur mit dem Licht einer Fackel voran. Avina ließ einen leisen Pfiff verklingen. Sie stiegen immer tiefer hinab, bis sich vor ihnen nach einer schieren Unendlichkeit eine unterirdische Kuppel aufbaute. Sie war von einer Größe, die Haron von außen niemals erwartet hatte. An den Wänden befanden sich zahlreiche Fackeln, die das uralte Bauwerk ausleuchteten. In der Mitte lag ein roter Berg aus Schuppen und Flügeln. Es brummte und der Drache hob seinen Schädel in die Höhe. Der Blick aus seinen goldgrünen Iriden raubte Haron den Atem und entlockte Eshray ein Keuchen.